Der nächste Gestern-Kleber-Fail geht an die Wirtschaftskammer in Österreich. Das ist für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland sowas ähnliches wie die Industrie- und Handelskammer auf der deutschen Seite. Wie die drauf sind, kann ich nicht genau sagen, aber ich kann sehr gut sagen, wie die WKO drauf ist. Und es hat gute Gründe, warum die hier in dieser Kategorie landen. Und mein Gefühl sagt mir, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin ja als Unternehmer hier in Tirol ansässig und leider auch da ja Zwangsmitglied bei dem Verein. Und jedes Mal ärgere ich mich darüber, warum ich den auch nur irgendeinen Beitrag zahlen muss. Denn für sie gilt anscheinend kein Marktwirtschaftsgesetz, sondern für sie gilt Sozialismus, den sie ja immer ganz gerne ablehnen. Aber wenn es um die eigenen Vorteile geht, dann ist das Ganze mit der Marktwirtschaft doch nicht mehr so dufte. Und sie sitzen auf einem riesen Vermögen, also geschätzt einen kleinen einstelligen Milliardenbetrag. Und da sind sie auch sehr geizig damit, ihren Mitgliedern auch mal was davon zurückzugeben, wenn es um etwas geht. Aber das ist nur am Rande so. Die Diskussion hatten wir mit den Leuten vor einigen Monaten, Jahren, als es in der Corona-Pandemie einigen Unternehmerinnen und Unternehmern durchaus an den Kragen ging. Da waren die nämlich nicht so wahnsinnig unterstützend. Okay, aber hier geht es heute nicht darum. Es geht um deren Aussage anlässlich einer Fahrraddemo am letzten Freitag. Wir waren selber auch da. Ich wurde auch gefragt vom lokalen Fridays for Future Organisationsteam, einen Beitrag zu machen. Das habe ich auch sehr gerne getan und habe dabei auch nochmal herausgearbeitet, dass die Autozentrierung bei der Mobilität ein grundsätzlich physikalisches Problem ist. Und da geht es nicht um Autobashing oder grüne Ideologie, wie immer behauptet wird, sondern einfach, man kann das an Zahlen, Daten, Fakten ausrechnen, dass die autobasierte Mobilität eine der schlechtesten oder wenn nicht sogar die schlechteste Art der Mobilität überhaupt ist, weil sie am ineffizientesten ist und am meisten kostet. Und diese Demo, meine Fahrraddemo, war angemeldet und da hat man lange für gekämpft. Und das Besondere daran war, sie ging nicht nur durch die Stadt, wie eine normale Demo, sondern 800 Meter über die Inntal-Autobahn. Für diejenigen, die sich in der Region hier in Tirol nicht ganz so gut auskennen, das ist eine Verkehrsachse, die so von Ost nach West durch das Hauptintal geht, also zentral durch Tirol durch. Beginnend eben ab am Arlberg fängt Tirol an, geht natürlich durch den Arlbergtunnel noch weiter Richtung Westen, Richtung Vorarlberg und Schweiz, aber dann am Intal entlang weiter in Richtung Kufstein und dort mündet sie auf die deutsche A8, wo es dann nach München oder Salzburg geht. Und der Demonstrationszug war in dem Bereich, wo dann der Abzweig zum Brenner ist, also da kommt man nach Italien. Also durchaus eine sehr frequentierte Strecke und diese Demo wurde angemeldet und gerichtlich auch genehmigt und führte eben über 800 Meter, ein Stück, man spricht von etwa 2.000 Teilnehmenden, einige sagen 3.000, einige sagen 1.700, aber auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl von Leuten, die da mit dem Rat in verschiedensten Ausführungen, und wir waren eben auch mit dabei, ein Stück auch über die Autobahn gingen. Und das wurde natürlich im Vorfeld schon heiß diskutiert und die Scheißhausparolen ließen nicht lange auf sich warten und die WKO ist eine von den Instanzen, die natürlich die erwarteten Scheißhausparolen raushaut. Und zwar der O-Ton, die Wirtschaft in Innsbruck leidet unter dieser bösen, bösen Demo und jetzt kommt noch die nächste perfide Nummer. Das verursacht Staus und Verkehrsbehinderungen und das ist ja schlecht fürs Klima. Also liebe WKO, schmiert euch eure Scheinheiligkeit und eure Scheißhauspraßen sonst wohin. Denn diese ganzen Staus, die gibt es mehr oder weniger jeden Tag oder zumindest jede Woche hier in dieser Region. Das ist kein neues Phänomen. Es gibt Transit, es gibt jetzt auch noch gerade den G7-Gipfel in Italien, da haben sie jetzt wieder Grenzkontrollen eingeführt. Das gleiche übrigens auf der A10 auf der Tauernstrecke im Bereich Salzburg und Kärnten. Das passiert jetzt auch immer wieder und diese Region hier ist ständig mit Staus behaftet. Aber das stört euch komischerweise sonst gar nicht. Und jetzt regt ihr euch über die Leute auf, die eine Demo machen, die auf das Problem aufmerksam macht, die in den Redebeiträgen auch Lösungen vorschlägt, die ihr aber alle nicht möchtet. Und wenn das gemacht wird, dann regt ihr euch plötzlich über den Stau auf. Das ist eine ziemlich perfide scheinheilige Nummer. Denn selber tut die WKO gar nichts für den Klimaschutz und für die Klimatransformation. Und sie setzen noch einen drauf. Sie beklagen eine mangelnde Diskussionsbereitschaft an die Organisatoren von Fridays for Future. Man könnte ja mal miteinander reden und mi, mi, mi. Und man müsste ja vielleicht mal zur WKO kommen oder zu den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und sehen, was schon alles für Klimaschutz gemacht würde und so weiter. Nichts wird gemacht. Oder zumindest fast nichts. Klar, es gibt ein paar Akteure, auch hier in Tirol, die machen sehr viel. Und die geben wirklich ziemlich viel. Alles, was sie an Möglichkeiten haben, tun sie. Ich möchte hier auch nochmal den Verkehrslandesrat René Zumthobel erwähnen. Der ist von der SPÖ. Der macht wirklich viel und der tut, was er kann. Er hat natürlich auch einen Koalitionspartner von der ÖVP, also die konservative Seite. Die stehen natürlich brutal auf der Bremse. Und auch die WKO ist massiv ÖVP-getrieben. Und die stehen bei fast allem auf der Bremse, was Klimaschutz wirklich braucht. Und das sage ich denen jedes Jahr, wenn ich meinen Kammerbeitrag zahlen muss. Den beanspruche ich auch jedes Mal und sage denen, ey Leute, ihr setzt euch nicht für den Wirtschaftsstandort Österreich ein, weil ihr Klimaschutzbremser seid. Ihr bremst die Transformation der Wirtschaft. Und ihr lobbyiert für das Wirtschaftstreiben der Gästrigen. Und zwar derer, die weiter auf Kosten unserer Gesellschaft und unserer Zukunft und unserer Wettbewerbsfähigkeit kurzfristig noch möglichst viel Gewinne machen wollen. Und das verkaufen sie dann am Ende als wir machen ja schon so viel. Das ist eine ziemlich blöde Angelegenheit, tun sie nämlich eben gerade nicht. Dazu kommt, dass diese Demo schon seit dem 16. Februar genehmigt war. Das ist also schon lange bekannt, dass sie stattfindet. Und es gab von der WKO nichts. Keine Anfrage, kein Adressat in Richtung Dialog, Richtung Fridays for Future. Wenn es dann soweit ist, dann jammern sie plötzlich rum. Zur Einordnung nochmal, wie dieser Verein tickt. Die machen öfter mal so komische, dubiose Sachen. Ich war im letzten Dezember auf einer Veranstaltung in der Nähe von Innsbruck in Igels zu den sogenannten Mobilitätstagen. Mobilität ging es da aber gar nicht. Das war eine Desinformationsveranstaltung der Fossilobby. Und die hat die WKO ausgerichtet. Und dort stand auch ganz groß deren Logo drauf. Und dieser Titel dieser Veranstaltung war Verbrenner aus 2035 Realität versus Ideologie. Und man merkt schon am Titel, dass das Ganze nicht seriös sein kann. Und was war es auch nicht? Denn die Redner waren ausschließlich Leute, die Desinformation, verzerrte Aussagen und jede Menge Lügen verbreitet haben, um den Menschen zu erzählen, dass E-Fuels kommen und der Verbrenner auch nur irgendeine Chance hätte. All das ist falsch. Und das wissen wir seit Jahren. Und das wissen wir jetzt nochmal mehr. Es ist ja alles bestätigt worden. Und was da gerade passiert, dazu haben wir auch in den vergangenen Folgen ja schon einiges gesagt. Aber die glauben das halt noch immer. Und ich habe das danach auch beklagt. Und einer ihrer Chefstrategen, mit dem habe ich dann gesprochen. Klar, die sind ja durchaus dialogoffen. Aber die möchten eigentlich eher gern das hören, was sie hören wollen. Und der hat mir dann Gesinnungsdiktatur vorgeworfen, weil man müsse ja alle Meinungen hören. Das Problem ist aber, dass eine WKO nicht Meinungen hören will, sondern sie möchten anscheinend auch, oder zumindest sehr gerne, Falschaussagen hören. Denn natürlich braucht man einen kontroversen Diskurs. Aber der funktioniert nicht. Und da sind wir wieder beim Thema, wie bei einigen anderen Folgen dieses Formats, wenn man ständig Unwahrheiten und Lügen verbreitet. Und wenn man den Leuten erzählt, dass der Verbrenner eine Chance hat, dann lügt man. Und ich bin mir sicher, das wissen die Leute auch, die das verbreiten. Es geht ihnen nur um Gierfristieren und den Erhalt ihrer weiteren, noch immer gefährlichen Geschäftsmodelle. Und natürlich waren dort die Fossillobbyisten in Österreich Nummer eins zugegen und haben diesen ganzen Nonsens erzählt, den man von der Fossillobby dauernd hört. Und das ist dann bei der WKO eine legitime Meinung. Ist es aber nicht. Aussagen, die abseits des Faktenraums sind, sind kein legitimer Teil in einem Diskurs. Das können sie nicht sein, weil sie immer wieder diese Forced Balance raushauen. Und am Ende sind eine ganze Menge Leute massiv verunsichert. Und so agieren die in einer Tour. Die sind im Großen und Ganzen ein Stück, stehen die als Verhinderer da, die massiv die Transformation der Wirtschaft und damit auch der Gesellschaft, weil das hängt ja zusammen, und auch Klimaschutz immer wieder auf der Bremse stehen und verhindern. Und wenn ich dann so Schlagzeilen lese, dass man sich ein grünes Image geben will, dann ist das am Ende nur Greenwashing und durch Green Marketing. Und nichts anderes tun sie. Wenn es der WKO wirklich ernst wäre, etwas Richtung Klimaschutz zu tun und eine Wirtschaft zu vertreten, die wirklich zukunftsfähig ist, dann müssten sie ganz, ganz massiv, ich würde sogar sagen radikal, ihre Position nämlich ändern. Und einige Leute bei denen intern auch wirklich mal entweder zum Umdenken bewegen oder rausschmeißen. Denn anders funktioniert es nicht. Wenn ein Obmann einer Sparte, wo es um Energieversorgung geht, der heißt Rot mit Nachnamen, Rot ist ein großer Heizölhändler in Österreich, der ist dort der Oberzampano. Und der lobbyiert durch die Gegend und belügt die Leute in Bezug auf die Frage, ob es weiter Verbrenner geben wird. Und er sagt ja. Und die Realität ist nein, weil die Physik und die Marktentwicklung einfach ganz klar dagegen spricht. Und einige andere Leute erzählen ja auch, eine Vertreterin hier in Innsbruck, die auch für die Nachhaltigkeit zuständig ist. Und die macht sicherlich einen guten Job. Die meint das auch ernst. Also ich halte sie für sie absolut integer. Die sagt, sie könne dem Heizölhändler im Zillertal nicht sagen, dass sein Geschäftsmodell stirbt. Und ich sage ihr dann, und darüber haben wir gesprochen, das musst du ihm sagen. Alles andere ist gelogen. Man suggeriert den Leuten am Ende Dinge, die einfach nicht stimmen und die auch nicht eintreten. Man merkt also bei der Reaktion der WKO in Bezug auf diese Fahrraddemo, wie dieser Lobbyverband tickt. Er vertritt nicht die Wirtschaft, er vertritt nur den Teil der Wirtschaft, der weiter mit Gier frisst, Hirn, schädliche und toxische Geschäftsmodelle zu Lasten von uns allen erhalten will.